Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es sind neue Zahlen dazugekommen Jetzt auch die 7 und die 12 Mein Geburtstag Was? 7.12.98 Du kannst die Seiten überspringen Die Kraft der Magie scheint aber vor allem in existenziellen Extremsituationen wieder an Bedeutung zu gewinnen Erzeugt ein Auszug aus dem Bericht eines gewissen J.F. an Das Schuhmacher vom Beruf und einer der letzten Überlebenden des kleinen Städtchens Pleuenwinter Entschuldigung, ich höre dir zu, ich suche nur nach geeigneter Musik Wozu? Das ist die Abspaltung unserer Blaskapelle Sehr geehrte Frau Gabriel Wir freuen uns, dass Sie an einer Buchung der neuen Spatzen interessiert sind Einmal ein Probe-Mitschnitt, wobei wir betonen wollen, dass Beerdigungen nicht unser Spezialgebiet sind Lies weiter Ja, Punkt, stimmt anders An einer der letzten Überlebenden des kleinen Städtchens Pleuen während der Pest So gibt es nur eine Möglichkeit, sich dem Geheimnis von Spuke zu entziehen Und zwar, indem man im Weißschlafen mit einem Weibe die Krankheit auf den anderen überspringen lässt In diesem magischen Akt der Übereinkunft und der... Und die hier steht, er war einer der letzten Überlebenden Wir neutralisieren das uneinfach, verstehst du? Du rufst jetzt einfach an und schläfst mit ihm Wir machen uns wie der Schuhmacher Spray mit Beischlaf Und das würde doch dann einfach bedeuten, dass Ron die Krankheit kriegen kann Besser Ron als du! Jessie? Papa? Papa! Komm her! Rini hat den Ursaft angeschüttet. Wir brauchen eine Bettwäsche Warum kann ich nicht so lange Weine haben wie die anderen? Aussehen ist gar nicht so richtig. Im Leben zählen andere Dinge. Sie hat immer so gute Laune. Ich wünschte, ich wäre schwanger. Schwanger war mein schöner Mann und ein schönes Haus. Wie geht's, Herr Prina? Ich glaube, da haben ein paar kleinere Komplikationen an. Schreibst du deine Memorale? Ich sterbe noch vor Lachen. Tag an jetzt! Sie sehen doch schon wieder so blass aus. Kann ich sie bei einem Abendessen bei mir vielleicht ein bisschen aufpäppeln? Sag mal, ist das, was du hast, eigentlich irgendwie besser geworden? Du bist also bei mir, weil du im Englischunterricht laut geschrien hast. Ich hoffe doch auf Englisch. Bis zum nächsten Mal legst du bitte ein Zwang Tagebuch an. Und dazu notierst du alle Zwänge samt Datum und Uhrzeit. Alle. Natürlich, alle. Wenn sie alles gesagt haben, was gesagt werden müsste, dann wird ihr Tod ihr größter Höhepunkt sein. Komm her raus! Komm her raus! Jetzt sei doch mal ein bisschen selbstbewusster. Jessica, glaub an dich. Hi! Ich kriege nur Badehosen. Das ist mein Buch. Jetzt gibt's her. Kannst du kommen? Sie will die Ehe mit dir vollziehen. Da draußen steht ein junger Mann. Der sagt, er sei hier, um die Ehe mit Sabrina zu vollziehen. Kommst du öfter her? Wenn ich den Kopf rein kriegen muss. Sag mal, kann das Auto eigentlich auch fahren? Das Leben ist schön!